Wir hängen an dem, was schon war, obwohl wir es ja nicht mehr ändern können, oder wir sind beschäftigt mit dem, was sein könnte oder sein sollte, versuchen halt unsere Energien darauf zu richten, da anzukommen, wo wir halt gerne wären und vergessen, wo wir sind. Horst Reichstein, er hat über 120 Jahre Gastronomiegeschichte oder 120 Jahre Gastronomiegeschichte hier in Ueckendorf und es war immer einer der Treffpunkte, mitten auf der Bochumer Straße gelegen, gegenüber Heiligkreuz, war es immer ein Top-Treffpunkt, immer eine Kneipe gewesen, in den letzten Jahren eher eine Abstiegsgeschichte verfallen, es stand lange leer und ja, wir arbeiten jetzt mit voller Kraft daran, dass es eben das wieder wird, ein zentraler Treffpunkt, wo das Leben pulsiert auf der Bochumer Straße. Wir haben uns heute ins Haus Reichstein eingeladen, weil wir Richtfest feiern, mehr als ein Richtfest, so ungefähr die gröbsten Sachen sind erledigt im Bau, die Hälfte der Bauzeit ist geschafft, der Rohbau steht wieder auf gesunden Füßen, der Innenausbau beginnt jetzt und das wollen wir feiern und wir wollten eine kleine Vorschau geben, wie es ist, wenn Haus Reichstein wieder belebt ist. Deshalb haben wir zu einem Überraschungskonzert eingeladen, weil Haus Reichstein wieder ein ganz lebendiger Treffpunkt wird in Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020